So, bitte. Arbeiten. Ab in die Freiheit. Noch 13 Stück. Okay. Hier unten war jetzt der kurze. Oder das kurze Level, eher gesagt. Ach ne, Mülltonnen. Zwei Stück. Ei. Oh, da war mal knapp, du mal. Ich höre einen Slick. Ich mache mal einen Quick Save. Ich werde einmal pupsen, weil da oben kann man einen langen Düsen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon so schlau ist, das zu machen. Den können wir ja eh nicht übernehmen. Immer noch ein bisschen weiter die Gegend erkunden. Mönslich. Ja, und nun? Zwei Mudaken stand da. Zwei Stück. Aber wahrscheinlich da unten irgendwo. Sollen wir auf jeden Fall auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite raus. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Hoffentlich nichts mit den grünen Viechern. Oh, das ist mit... Oh nein. Genau. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ach du Scheiße. Ich mache mal einen Quick Save. Mal gucken, was hier hinten ist. Oh. Ist das Schatten? Okay. Hier sind auf jeden Fall die zwei... Hier waren auf jeden Fall die zwei Dingsbums. Ich habe mal hier einen Quick Save. Ich hoffe mal, die sind wieder am Pennen, weil dann kann ich super easy nach oben gehen und mir den einen... Oder so. Ist auch okay. 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 Ähm. Gehen wir erstmal nach hinten? Geht das schon? Okay. Okay, der kann ja nicht durchschießen. Dann muss ich ja mit dem Pups durch. Glaube ich. Einen Pups habe ich ja noch. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Okay. Was war denn her, Junge? Nein. Okay. Okay. Es ist auch okay. Okay. Ähm. Na gut, ne? Den brauchen wir nicht mehr. Hilfe! 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 Mit dem können wir ja auch nichts mehr anfangen. Ich werde jetzt erstmal noch einen Quick Save machen, ganz wichtig. Und versuche nicht mit dem Pups da durchzufliegen, sondern ich setze den einfach da ab. Ich weiß nur nicht, ab wann der mich erschießen kann. Nein. Wenn ich in der Röhre drinnen bin. Nee. Das ist gut. Nein. Ja. Nein. Ja. Ich bin nicht rum. Oh, das war, als ob das so musste. Das war super. 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 Das hätte nicht besser laufen können. Jetzt muss ich mir erstmal noch dieses komische Kreiszeug da holen. Ähm. Ich weiß nicht, in welchen Brunnen ich muss, aber ich denke mal hier oben in den. Hallo. Hey. Okay. Hallo. 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 Hier will ich doch gar nicht hin. Ich will hier hin. Ich will hier hin. So. So. Dann befreien wir die beiden da hinten von ihrer... lasst mitkommen ich stelle mich mal hier oben hin weißt du nicht warum aber es kann ja immer irgendwas sein dass sie hier denken dann lassen wir da mal gerade mal irgendwas spawnen gut 288 noch 11 dürfen uns da vorne nur nicht von den mülltonnen grillen lassen kurz dürfen wir nicht mitnehmen die tür ist offen wunderschön wunderschön so dann sind wir hier oben sagt mir jetzt nix sagt mir immer noch nix aber wieder eine schöne sequenz moment wofür ist das hier oben da und warum ist da ein todeszeichen ich spring mal hier runter muss man da mit schwung drüber ich weiß es nicht also mit sprung also mit anlauf und sprung von hier oben bestimmt nicht es ist so weit ach gott was schafft er sogar wenn ich jetzt nicht mit gerechnet aber wir sind ja natürlich eben gerade extra darunter gesprungen aber wir wollten ja gucken ob da ist b so h i know what you Jetzt weiß ich auch, warum dieser komische Absatz da oben ist. Okay, machen wir erstmal einen auf den. Jetzt habe ich gar nicht richtig zugehört. Ah, super. Ich wusste nämlich nicht, ob man am Anfang einmal oder zweimal ist. Das nischt. Ah, ich wusste noch ein Stückchen. Das sagt mir hier echt überhaupt nichts, tut mir leid. Ich habe schneller gezogen. Okay, da geht es nicht weiter. Quick save, mal gucken, was ist denn hier? Oh, die Presse. Äh. Pass auf! Pass auf. Ist nix. So. Gut. Das war's hier, glaube ich. Haben wir drei Stück hier? Eins. Zwei, drei. Das war's, glaube ich, ne? See. Gut. Äh. Dann müssen wir wieder rüber. Ich hab' mal was trinken. Wo krieg ich... Ach genau, der war ja ganz links. Ganz links war, konnte man sich den holen, glaub ich. Ja. Haben wir hier oben einen Quick Save. Ich find das so geil, dass der immer direkt Penner sagt. So. Machen wir das hier, glaub ich, erst mal direkt auf, ne? Okay. So. Dö, 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 dö. Wo meinst hier einer? Hörgeblieben, mach sie Platz, wir alle, halt mal! Komm her! Hey, du sollst mir voll genug Spaß. Hey, komm her! Ja, komm mit. Huch! Oh nein, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwas mit Slox kommt. Ne, zum Glück nicht. Wie war das nochmal? Ne. Okay, auf X. L2X, ich weiß nie, wie das ist. 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 L2X, ich weiß nicht, wie das ist. Vielen Dank.